Was ist das Thema Stakeholderorientierung als Grundprinzip des integrierten Marketing einer Wissenschaftseinrichtung? Das ist von mir auch bewusst so gewählt worden in Absprache mit GATE, weil ich leider in den letzten zehn Jahren feststellen musste, dass das Thema strategisches Marketing an den Hochschulen immer mehr an Bedeutung verliert. Das heißt, operativ im Sinne eines Werkzeugkastens für die unterschiedlichsten Kommunikationsinstrumente wird Marketing in der Tat verwendet, aber als strategische Grundausrichtung einer Hochschule eben nicht. Welche Hochschule hat denn auch nur eine Stelle, eine Ganztagsstelle für strategisches Marketing? Natürlich Event-Marketing, natürlich Kommunikation, vielleicht auch noch eine halbe Stelle für Fundraising. Aber die strategische Ausrichtung im Sinne eines Führungskonzepts einer Hochschule ist leider in den letzten Jahren nicht mehr im Zentrum, im Fokus. Marketing ist eben mehr als nur Stakeholder-Kommunikation, mehr als Senden von Botschaften, sondern Marketing ist ja vor allem auch im Rahmen der Kommunikation der Einstieg in den Dialog. Aber Marketing will natürlich auch auf der Basis der Einstellungen, Erwartungshaltung Angebote entwickeln, Studienangebote entsprechend weiterentwickeln. Marketing will Unternehmen einwerben, um beispielsweise in der Auftragsforschung sich entsprechend zu engagieren. Marketing will Studierende rekrutieren und das ist jetzt nicht nur eine kommunikative Aufgabe, sondern eine Vertriebsaufgabe. Und von daher ist es eben wichtig, dass man Marketing nicht nur als Kommunikationsinstrument sieht, im Sinne von Event, im Sinne von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, im Sinne von PR über Online-Wege, Social-Media-Kommunikation, im Sinne von Messeauftritten, im Sinne von Event-Marketing. Das alles sind Einzelinstrumente der Marketing-Kommunikation, aber Marketing als Führungskonzept einer Hochschule an den unterschiedlichen Erwartungshaltungen der Stakeholder ausgerichtet ist eben viel mehr. Stakeholder. Wer sind die Stakeholder? Das sind von der Definition her eben Interessenvertreter oder, anderes Wort, Anspruchsberechtigte innerhalb oder im Umfeld einer Wissenschaftseinrichtung, die als Person oder Gruppierung ihre berechtigten Interessen wahrnehmen oder die von den Handlungen der Wissenschaftseinrichtung betroffen sind bzw. sich betroffen fühlen. Ich habe darunter Zielgruppen definiert. Zielgruppen ist immer das, was man quasi dann im Fokus hat, mit denen man in Kommunikation treten will. Das ist so die ganz klassische Sichtweise der Kommunikation ist auch richtig, Zielgruppen unter dem Aspekt des Dialogs anzusprechen und in den Dialog mit ihnen zu treten. Aber die Definition sollte zunächst einmal analysiert werden und das wäre das nächste Chart, nämlich wer sind eigentlich meine Stakeholder und wie identifiziere ich eigentlich? Und ich habe Ihnen hier zehn Fragen gestellt, die Sie, sei es jetzt für Ihre ganz konkrete Aufgabe, die Sie im Rahmen Ihrer Wissenschaftseinrichtung dort realisieren müssen oder dass Sie eventuell im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig sind oder Lehrender sind oder auch Hochschulleitung sind, egal wofür Sie in Ihrer Hochschule oder Forschungseinrichtung verantwortlich sind. Also zehn unterschiedliche Fragen, nach denen Sie Ihre Stakeholder finden können, identifizieren können. Und dann sehen Sie, wie dies praktisch von Ihnen gesammelt werden kann. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze, wie man die Stakeholder jetzt hinsichtlich ihrer Relevanz analysiert. Aus der Menge aller Stakeholder, die Sie gesammelt haben, das können 100, 200, 300 Gruppen sein, das können Einzelpersonen sein, suchen Sie danach, und das ist die Analyse-Methodik von Janisch, heraus, welches sind die strategischen Anspruchsgruppen. Also diejenigen Anspruchsgruppen, die über viel Einfluss, über eine hohe Machtbasis verfügen und von denen man auch weiß, dass sie gewillt sind, ihren Einfluss geltend zu machen. Müller-Stevens fragt, diejenigen Stakeholder, die viel Einfluss haben, in welcher Form sind sie auch beeinflussbar? Das heißt, wenn wir die strategischen Anspruchsgruppen herausgefiltert haben, aus all denen, die sie gesammelt haben, fragen Sie, welche davon sind durch die Hochschule, durch die Forschungseinrichtung beeinflussbar? Direkt oder indirekt beeinflussbar? Der nächste Schritt ist dann die Frage nach Savas, die Frage, sind sie eher für uns oder eher gegen uns? Können wir eher Unterstützung oder eher Gegnerschaft, Hemmnisse, Bedrohung von diesen Stakeholdern erwarten? Und diese Gruppe, die dann letztendlich überbleibt, also strategische Anspruchsgruppe, beeinflussbar und zumindest unterstützend oder sogar als Multiplikatoren und Meinungsbildner für die Hochschule oder die Forschungseinrichtung denkbar, das sind die relevanten Stakeholder und mit denen setze ich mich dann im Rahmen des Marketing auch entsprechend auseinander. Und dann stellt sich eben die Frage der Kommunikation und natürlich dann auch der nächste Schritt, die Frage der Kollaboration. Kommen wir zum ersten Kommunikation. Wie sieht klassisch Kommunikation sowohl in der Wirtschaft, in Unternehmen wie auch in Hochschulen oder Forschungseinrichtungen aus? Meist inside out gerichtet. Das heißt, ich habe ein Kommunikationskonzept mit allen Maßnahmen und Instrumenten. Ich beschreibe meine Leistungen und die Einrichtung. Ich versuche sehr gezielt Zielgruppen anzusprechen. Das Ganze ist ein Gesamtkonzept, zielorientiert, widerspruchsfrei. Vielleicht, vielleicht habe ich auch für den Notfall Krisenkommunikation in der Schublade. Die Herausforderung besteht schon mal darin, selbst bei einer solch herkömmlichen Kommunikation dieser Inside-out-Ausrichtung, die Anforderungen oder alle unterschiedlichen Interessen innerhalb der Hochschule so zu vereinen, zu integrieren, dass ich auch tatsächlich die Hochschule als Ganzes auch zielgerichtet kommuniziere und nicht sehr ausdifferenziert, teilweise widersprüchlich nach außen agiert. Die Stakeholder-Kommunikation ist aber noch deutlich anspruchsvoller. Sie ist nämlich outside-in gerichtet. Das heißt, meine grundlegende Frage ist, erst verstehen, dann verstanden werden. Das heißt, welche Einstellungen, welche Erwartungshaltungen haben eigentlich die relevanten Stakeholder an meine Hochschule, an meine Forschungseinrichtung, an mein ganz konkretes Projekt, an meine Aufgabenstellung? Das heißt, ich muss diese identifizieren, analysieren hinsichtlich ihrer Erwartungshaltung. Ich muss analysieren, wie informieren sie sich eigentlich, wie kommunizieren sie eigentlich, um dann in den Dialog mit ihnen zu treten. Und dabei akzeptiere ich Interessenpluralismus. Ich muss also aushalten, dass es unterschiedlichste Interessen meiner Stakeholder gibt, mit denen ich mich auseinandersetzen muss und wo ich mich bemühen muss, sie möglichst zu einem geschlossenen Bild in meinem Sinne im Rahmen des Dialogs dann zusammenzuführen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Zusammenführen, für die Zusammenarbeit. Was deutlich macht, dass Stakeholder-Management, dass die Identifikation und die Kommunikation mit den Stakeholdern eben mit großem Aufwand verbunden ist, für die entsprechende zeitliche und personelle Ressourcen auch tatsächlich zur Verfügung gestellt werden müssen. Das Ganze bedarf einer grundsätzlichen, prinzipiellen Haltung der Wissenschaftseinrichtung im Sinne eines strategischen, auf die Stakeholder, internen wie externen Stakeholder ausgerichteten Marketing als Führungskonzept der Einrichtung. Das ist praktisch das, was ein effektives und effizientes Stakeholder-Management letztendlich zu leisten vermag.